So, ich habe jetzt der Nobby gewechselt. Äh, sonst kriegen wir gar nichts. So, jetzt habe ich nicht geschaut. Infection, gell? Fast. Einmal kurz zur Info, ich kau gar nicht snipern. Ich kauze echt gar nicht. Boah, und die Herrscher, die Dracom. Was ist das? Schön. Ja, ja, ja. Ich bin nicht unten. Ich weiß, dass da drinnen wer kennt. Was ist das? Bedrohung neutralisiert. Camper ausgeschaltet. Drohne nähert sich. Bedrohung neutralisiert. Oh, super. Widerwischt es wieder. 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 Schön. Ach. Nein, ich habe keine Ruhe. Ach du meine Lebegüter. Der ist erledigt. Nein, wirst du No-Claw-Rantel? Throttle? Scharfschütze! Ostner? Scharfschlauch! What the hell, Leute? Scharfschütze, unten bleiben! Scharfschütze! Fast! Ja, mit dem Scheißvisier ist natürlich auch echt leichter, gell? Fast noch? Ist ja nett so. Sorry. Blut genut, tut mir leid. Sorry, Flugs. Im Visier. Ich habe nicht gesehen. Diesen Kampf verlieren wir nicht. Feindliche Schwebeladung gesichtet. Feind ausgeschaltet. Ostner? Krakern ist halt schon ein Feindschlag. Muss ich mal so erinnern. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Achtung! Achtung! Bedrohung neutralisiert! Achtung! Mit derer wenigstens ein gutes Ziel! Es gibt ja welche, die haben mit derer gar kein Ziel, oder? Gut. Das war jetzt mal nicht so tragisch. Kalt gemacht! Du bist schon tot. Du weißt es nur noch nicht. Gut. Ich hoffe, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. War jetzt nicht so berauschend, aber... Hmmmm. Allerdings habe ich die Locust mal zeigen können. Ein bisschen. Ja.